Und damit ein herzlicher Willkommen und hallo zu allem bei der Badel Let's Play Ghost of Tsushima. Ich bin Isoya dem Simophix und wir reiten nun erstmal ein bisschen. Wir werden kurz mal hier die Holzfällerbasis angreifen und danach werden wir hier weiter mit der Haare unser Quest machen. Wir haben am letzten Mal hier eigentlich versucht ein wenig Essen zu sammeln für unsere Ronin-Freunde hier. Hat leider nicht allzu gut geklappt, aber kommt sicher noch. Zumindest haben wir einen Verbündeten und wir werden hier die Ronin noch ein bisschen weiter angreifen und dann werden wir schon irgendwann noch was zu essen von unseren Freunden bekommen. Jetzt kümmern wir uns aber gleich mal um eine mystische Rüstung, über die wir etwas gehört haben, die den Träger unverwundbar machen sollte. Tüte hingegen mit einer Haftbombe. Habe ich eine Haftbombe überhaupt schon? Jo. Was habe ich eigentlich von dem Bonus? Jetzt mal so auf ganz blöd. Oh Leute, das war schon wieder schlecht, man. Aber das Pferd stört euch nicht, das gefällt mir. Warte mal. Ich habe doch gar keine Haftbombe, oder? Die habe ich doch noch gar nicht. So. Plötze, du kannst einfach bleiben. Das wäre ganz nett. Hatte ich jetzt so viel Glück. Hatte ich jetzt so viel Glück, ich bin jetzt nur das Super auf die andere Seite gegangen. Sonst hätten die mir erwischt, die Penner. Okay. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich hatte das komplett anders vor. Ich suche keinen ehrehaften Kampf. Ich bin ein Feigling. Das habe ich mir echt komplett anders vorgestellt, man. Das war richtig madig, man. Blöde Wurfbombe. Also versuchen wir es nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Verdammt. Da muss ich ja nochmal fehlen, oder? Ne, ich wollte eigentlich da hoch und den schnell abmessern. Das hat irgendwie sehr gut geklappt. So, das machen wir jetzt mal ganz entspannt. Denn ihr wisst ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn wir eins sind, dann ist es nicht ruhig. Aber bisher, was würde ich hier gerne schon machen? Starfick. Boah, es ist eine hässliche Location, Mann. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich da hin... Ich gehe zuerst mal dahin. Werde ich mir auch immer auf, dass hier überall... Dass hier nirgendwo hohes Gras ist? Macht es mir, sei bloß nicht so einfach, gell. Mh, naaa. Schon mal sind die Gegner schlauer geworden. Das erste, was sie machen, ist erstmal alles hohe Gras anzünden. Sehr schön. Hallo, was ist jetzt? So, deine Badine ist gestorben. Da oben sind auch welche. Können wir da noch was mit einem ehrenvollen Duell anfangen? Ehren immer, oder? So. Das war gut. So. Sehr schön Komm so leer Komm so leer Das läuft so gut, man Äh, hallo? Ohhhh Ich sehe halt gar nichts, man So Also hier ist die Kamera Echt ein bisschen anstrengend Man sieht so schlecht, man Wo man hingehen muss Irgendwann habe ich wirklich aktuell Sehr den Vorteil Ja, das ist übrigens meine Haftbombe Ja, super Das ist mein Tod Die Haftbombe war zwar nicht schlecht Aber ich hätte sie halt auf die Gegner schmeißen müssen Und nicht auf mich Verdammt 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 So Okay Ich brauche Location Wo mich keine Bogenschützen abschließen Da oben Sie dürfen welche sein Das heißt Nein, das ist Ich habe die natürliche Fähigkeit, dass immer wenn ich mich auf einen draufstürze, also wenn ich einen schön kontere, dass er dann aus Prinzip auf den anderen geht. Okay, Mauer. Danke. Danke, danke, danke. Diese Dreckskamera, Mann. Ja, ich bin tot. Das ist unser erster Tod. F you. Ernsthaft, F you, Mann. Das war, Leute, das war ein behindertes Kackabschnitt, Mann. Das war echt behindert gerade, Mann. Ich meine, das war natürlich mein Gefälle, wieso ich hier gestorben bin. Aber trotzdem, Mann. Die Kamera war scheiße. Ich versuche mal irgendwas anderem die Schuld zu geben. Die Kamera war richtig derbe behindert, Mann. Und ich weiß nicht, ich sage, ich habe immer die Kunst, wenn ich einen kontere, dass er dann immer aus Prinzip auf den anderen geht. So, jetzt langt es mir aber. So. Aber unser erster Spiel tut. Mei, irgendwann. Irgendwann müssen wir alle sterben, oder? So, mindestens du. So, aber das ist ja an dem ersten Gegner losgegangen, wo ich mich von hinten ran stealfen wollte. Und was macht er? Er püsst sich an dem wunderschönen an, dann steht er hinter dem und haut drauf, anstatt dass er das Atem-Tab macht. Aber das geht mir manchmal so. So, ich habe mich einfach früher auch zurückziehen müssen. Hätte ich natürlich machen können. So. So. Geht er rein. Geil, Mann. Alter, steh auf, Mann. So. Oh. Unerrenhaft gekämpft, aber unerrenhaft gewonnen. Oh, diese Kack-Schock-Pompen. Und der draußen, der ignoriert das einfach. Hm. Hm. So. Jetzt können wir spielen, Mann. Kommt her. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Wo seid ihr? Das gefällt mir so gut, wie agile unser Jhin hier ist. Das ist so cool. Das, was mir gar nicht gut gefällt, ist der Wechsel von den Fernkampfwaffen. Der Bogen, der sollte immer auf L2 nämlich sein. Weil den benutzt du mit Abstand am meisten. Warte, was ist da? Was ist da? Sehr schön. Hallo? Ich suche einen Bogenschützen. Ich habe einen Bogenschützen gefunden. Oder auch nicht. Ach, da hinten, oder? Frag mich nicht, wie der... Also, auf was der schießt, aber auf mich glaube ich nicht. Alter, was machst du? Bist du behindert, oder was, Mann? Ich drücke nach vorne, der haut irgendwo auf die Seiten. Alter, die Kamera. Die ist so behindert teilweise. Komm schon. Das helfen wir langsam noch, eine bessere Option. Nein, nein, nein. Mach das doch wieder weg. Komm. Das hätte ich mir jetzt irgendwie schneller vorgestellt. Alter, ihr langwört mich gerade so hart, Mann. Jetzt, langwört mich. Oh, Mann. Von einem blöden Schildträger, Mann. Ihr müsst... Ich weich doch aus, da. So. Ausgewichen. So. Ist ja langsam, oder? Jetzt bauen die eigentlich unendlich nach. Langsam habe ich das Gefühl. Der war lustig. Der war noch lustiger. Und der hat mir richtig zum Schmunzeln gebracht. So, das ganze lage jetzt ja endlich mal ausgeruchert. Das war jetzt anstrengend, als ich erwartete. Ich dachte einfach, wir sind 20 Gegner oder so. Aber okay. Also, ein paar Sachen an der Steuerung gefallen mir nicht. Muss ich euch sagen. Also, wie gesagt, ich finde das so dumm, dass... Ähm... Ich tue da hingegen nicht kein Gegner mit Tafbombe. Oh, das gefällt mir aber gut. So. Ich finde zum Beispiel... Also, das ist mit einem Waffenwechsel. Ich finde das so dumm, Mann. Dass da... Dass der Pfeil... Dass man... Also, der sollte nicht zum Wechseln sein. Der Pfeil sollte immer ausgerüstet sein. Und die ganzen Bomben sollten... Ich weiß nicht, dass es irgendwas anderes halt sein. So. Zerstört der Schwarzbäufer. Ach, oh nein. Dann kommt er wieder in ein Duell, gell? Toll. Ich will nochmal hier schön viel Leben verloren. So. Das Geil ist, es gibt ja keine Möglichkeit, jetzt hier einfach so ein Leben herzustellen. Wieder herzustellen. Was ich sage, echt viel leichter macht. Aber okay. Jetzt gehe ich nämlich da hin. Die Steuerung. Also. Hier wechsle ich jetzt nämlich jetzt zum Beispiel zu der Haftbombe. Okay. Die werden wir definitiv nämlich im nächsten Duell beenden. Also. Ich weiß nicht. Ich würde mir viel mehr... Also, anstatt dass ich eine Screenshot-Taste auf dem Pfeiltasten habe. Finde ich, sollte man viel mehr darüber wechseln können. Und dann könnte die Spieße immer kurz einfrieren oder so. So wie beim Stilwechsel. Ich glaube, das wäre ein bisschen schöner. Okay. Okay, kein Showdown. Das ist wahrscheinlich, weil ich den Kommandanten schon davor eliminiert habe. Schade. Okay, kann ich jetzt auch nichts dagegen machen. War aber sehr schlecht. So. Haben wir gut gemacht. Zumindest ein bisschen. Zwei Gold. Aha. Ijo. Gegen eine Milliarde Pferde. So, aber nur eine Milliarde. Gut. Jetzt kümmern wir uns eigentlich um das, wo wir uns eigentlich drum kümmern wollten. Wenn es mir erlaubt wird. Okay. Kann ich nicht? Wieso kann ich das nicht? Da muss ich jetzt hin. Ah, okay. Obwohl, warte mal. Das wäre jetzt dumm von mir. Ich kann mich doch hier... Aber na, ich will das mit Yuna erst danach machen. Das ist zwar jetzt direkt hier, aber ich kann mich jederzeit zum Holzlager jetzt hinwarpen. Dann kann man das immer noch danach machen. Nee, aber wie gesagt, es gibt so ein paar Steuerungsdinger und das kommt echt groß ins Gewicht. Also zum Beispiel, dass ich den Stilwechsel machen kann. Das mit dem Stilwechsel funktioniert super. Er hat es gehalten und dann anders. Aber zum Beispiel, dass ich die Waffen, also die auch mit der Zwei wechseln muss. Also die Waffen zum schnellen Gebrauch und die Fernkampfwaffen, die kann ich nicht wechseln. Da muss ich... Da muss ich... Da muss ich wieder A2 drücken, aber da hält die Zeit nicht an, was das alles ein bisschen schwerer macht. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die sind jetzt richtig, richtig schön durchdacht in meinen Augen. Also das hätte man zumindest schön ermahnen können. Oh. Hätte ich fast auf das Ömerleinchen hier geschossen. Diese Menschen brauchen Hilfe. Ich hoffe nur, Hannaoka erreicht sie rechtzeitig. Wenn nicht... Wer braucht Hilfe? Ein Lager mit Flüchtlingen. Sie sind sehr krank. Ihr heiler Hannaoka versucht sie zu erreichen. Die Mongolen haben die Region in die Knie gezwungen. Banditen kontrollieren die Straßen. Der Heiler wird Hilfe brauchen. Ja, ja, muss man Zeit haben. Aber jetzt, auf ganz blöd kann ich mich da nicht irgendwo hinwurpen. Jo. Wäre zu sinnvoll, dass mir da die Karte noch ein bisschen aufdenken, aber pff. Wieso tue ich eigentlich in die andere Richtung reiten? Dann... Das kann ich auch nicht sagen. Wo ist's? Ein Quitter. Das ist, wenn ich schlecht spiele, dann quittert's, oder? Tut mich das Spiel so ausschimpfen. Ja, ne, das war gerade bis jetzt unsere schlechteste Invasion. Da haben wir schon richtig schön... Haben wir schon schönere gemacht. Nein, ich wäre es auch... Wir müssen... Wir können uns ja wirklich durchstealfen. Und... Einfach nur... Die Ziele machen. Und dann wahrscheinlich, wenn wir am Ende ein Duell haben, mit dem Hauptmann langt das wahrscheinlich. Wir müssen ja gar nicht jeden einzelnen Gegner bezwingen. Denk ich mal. Wer stellt sich mir zuerst? Sehe richtig gut was. Brauche ich unbedingt hier die Punkte. So. So, ihr habt gesehen, das Taumeln, das hält wirklich länger an. Das ist schon sehr hilfreich. Hierher. Tja. Darum habe ich gebetet. Vorsicht da draußen. Bitte. Ein Zeichen meines Dankes. Eine Rüstung wäre mir lieber gewesen. Kann der Wind mir jetzt sagen, wo ich hier muss... Äh, suche nach lila Blumen. Ah ja. Stimmt. Das war ja das mit den lila Chrysanthinen-Feld. Und wer kommt natürlich jetzt nicht? Toll. So, dann schauen wir uns mal um, ob wir hier was finden. Hä? Hä? Ach, das ist doch die Sake-Anlage, oder? Äh, die Sake-Bräurei, wo wir mal waren. Zumindest sieht es genauso aus. Als hätte es mich fast gehabt. Ach, bitte, tue doch den einen Typen mit dem Schild. Alter, wo kommen sie... Äh, ich war gerade hier abgelenkt, weil da einfach auf einmal 1000 aus dem einen blöden Haus herauslaufen. So, aber das ist doch diese... Warte mal, darf ich mir mal die Karte anschauen? Darf ich nicht? Darf ich immer noch nicht? Das ist doch die Sake-Ding, oder? Bin mir fast sicher. Also zumindest sieht es identisch aus. Kann natürlich auch sein, dass es einfach gecycelt wurde. So. Aber wisst ihr, was mir halt nicht gefällt an diesen Suchaufgaben? Da sagt es mir so, die lila Buben, aber ich weiß ja teilweise immer nicht, ob ich überhaupt im Gebiet bin, oder ob ich im richtigen Gebiet bin, oder ob ich schon zu weit reite. Da muss ich immer auf die Karte schauen und schauen, ob ich richtig bin. Das ist echt nicht cool. Also das ist das einzige Quiz-Design, was echt doof ist, weil es halt auch einfach nicht... Ja, das ist halt nicht so richtig sinnvoll. Ich meine, ich reite hin und hoffe, dass ich es finde. Ich meine, das ist für mich nicht so geistige Herausforderung. Irgendwas liege an der Suchen. Schauen, ob ich halt immer alle paar Sekunden, ob ich noch in der Map bin. Also, da gibt es definitiv schönere Missionen. Aber, da, 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 schauen wir mal. Das sieht doch gut aus hier, oder? Kannst du bitte irgendwas sagen? Kein Bock auf euch, um ehrlich zu sein. Wieso haben wir die jetzt einfach gesehen? Also, seitdem ich das habe, man, sind die großen Typen echt einfach. Seitdem ich immer ein schönes Zeitloop-Upgrade habe. So, folgen wir den schönen Blumen, über die wir natürlich einfach rübertrampeln. Und dann schauen wir uns hier in der Warte. Ich denke mal, da müssen wir hin, oder? Also, das ist eine Siedlung, das ist natürlich schön. Aber, das ist jetzt nicht da, wo ich jetzt hin muss. Zumindest noch nicht. So, das Quitter macht mir Angst. Irgendwann trifft mich der Blitzmann. Ich prophezei's euch. So, die lila Korone. Ah, das sieht doch gut aus. Wenn hier irgendwann mal genug Leute rübergelaufen sind, dann gibt's keine Spur übrigens mehr aus lila Blumen. Nun gut, bevor wir nun schauen, was hier oben auf uns wartet, machen wir aber nochmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann ja weiter mit Let's Backhouse auf Tsushima. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.